Kommen wir zu einem weiteren TikTok-Tutorial. Ich werde euch zeigen, wie ihr mit TikTok ganz schnell und einfach Geld verdienen könnt. Und zwar gibt es da verschiedene Schritte für. Ich werde es Schritt für Schritt erklären. Und zwar braucht ihr natürlich einen TikTok-Account. Ich habe hier einen Account. Und dann braucht ihr Besucher bzw. Aufrufe auf diesem TikTok-Account. Ich zeige es mal ganz kurz. Bei mir war es jetzt so, in den letzten vier Stunden knapp 45.000. Und das hört sich jetzt viel an, ist es auch. Und das habe ich, diese 45.000 Aufrufe, wie man hier unten sehen kann, habe ich, obwohl ich nur 1.600 Follower habe. Das heißt, wenn man hier rauf geht, das ist nicht gefakt, vor vier Stunden hochgeladen. Und hier auch, vor vier Stunden hochgeladen bzw. das sogar vor zwei Stunden. Das ist ganz aktuell hier. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr jetzt wisst, ihr habt jetzt hier 40.000 Leute knapp, fast 45.000, die das hier gesehen haben. Und jetzt ist es wichtig, dass man was daraus macht. Und zwar geht man dann hier aufs Profil, geht auf die Biografie und hier schreibt man dann die wichtigen Seiten rein. Und zwar ist es bei mir Instagram, YouTube und die Webseite. Und die Leute können dann einfach da raufklicken und kommen direkt auf die Webseite. Das heißt, ein Beispiel YouTube. Die Leute sehen das jetzt hier, klicken dann rauf auf YouTube und auf YouTube kann man ja Werbeanzeigen schalten. Das heißt, man kriegt dadurch dann Geld. Aktuell ist es leider noch nicht so, dass man auf TikTok direkt Werbeanzeigen schalten kann. Das macht aber ja nichts, weil wir können das ja nutzen mit diesen Links hier, wie man hier eingeben muss. Und dann kann man direkt was verdienen. So, das war es eigentlich soweit schon. Ah, okay, man kann natürlich auch über die Website verschiedene andere Produkte anbieten. Zum Beispiel jetzt, ja, keine Ahnung, irgendein Spiel, wenn man jetzt Gaming, TikToks macht beispielsweise, kann man dann den Link zum Spiel hier reinschreiben und dann dadurch was verdienen. Und hier kommen wieder neue Benachrichtigungen rein die ganze Zeit. Und wie ich es überhaupt geschafft habe, innerhalb von dieser kurzen Zeit, ohne Klicks oder Follower zu kaufen, so viele Aufrufe zu bekommen. Dazu habe ich andere Videos gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.